hallo allerseits herzlich willkommen zu mad restaurant people wähle ein level des diner italienisches wir fangen oben links an mit dem diner dein erster job bei einem kleinen diner am anderen ende der stadt wir spielen in diesem spiel einen kellner so verdienen mindestens 800 innerhalb von fünf minuten schau dass die gäste zufrieden sind ok wer sind wir wir klicken und halte right mouse button will er das bestellte essen durchziehen und das loslassen über die ziel schaltfläche aus wir müssen zuerst mal nachsehen was haben wir hier oh ok die wollen ok zweimal muffin ziehen einmal zweimal so da haben wir schon halte right mouse button ok halte right mouse button und ok einmal pommes hier drüben ansonsten zweimal burger einmal pommes und ein getränk zwei ich glaube solche burger waren das ein getränk einmal pommes okay ja pommes bitteschön okay was haben wir hier einmal zweimal dann haben wir ein rotes getränk einmal zahlen ja ich kann schon zahlen und einmal ham and eggs so einmal das rote getränk haben wir gesagt das brauchen wir nicht mehr und hier gerade noch so ein bürger ein einzelner bürger er will wer zahlen die wollen auch alle zahlen geld nehme ich natürlich gerne ui da geht es aber jetzt rund so mal sehen ein normaler bürger ich glaube so ein bürger habe ich noch gesehen so eine torte ist richtig der ist richtig und dann habe ich noch das grüne getränk hier einmal gitter pommes einmal zahlen ja zahlen ja gerne einmal gitter pommes bitte ja zahlen ein doppel cheeseburger irgendwas genau so waren die gitter pommes hier waren die gitter pommes bürger bürger berger letzten und jenen glaube ich so hier beginnen wir einmal zweimal das ist richtig hektisch aber trotzdem auf eine gute Art und Weise. So, ein Kaffee, ein Burger. Ein Burger, ein Burger. Also zwei Burger. Und wo ist der Kaffee hin? Dann wird zwei normale Burger... Oh, hier war der Kaffee. Okay. So, nochmal. Burger, Burger. Ich glaube, so ein Burger, ein Kaffee. So, Burger, Burger. Kaffee, Kaffee. Und noch ein Burger. Hier haben wir noch ein rotes Getränk. Gitterpommes. Ah, bitteschön. Ein rotes Getränk und einmal Gitterpommes, bitte. Ab und zu ruckelt der ein bisschen. Da habe ich noch ein paar kleine Problemchen. Mit der Steuerung. Aber nichts, was jetzt irgendwie tragisch wäre. So, jetzt habe ich zu wenig aufgepasst. Ich glaube, so einer war dabei, so einer war dabei. Und mehr habe ich mir nicht gemerkt. Hm. Aber wir werden mal abkassieren. Hier oben habe ich eine Torte gesehen. Ein, was ist das, Eiscafé? Ein grüner, ein grünes Getränk. Oh, ich glaube, Torte. Das war das. Aber Burger, grünes Getränk. Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme mal, zu Vorsicht, sowas auch noch mit. So, ja, komm. So. Hier hatten wir einen doppelten. Oh, hier oben. Ja. Oh, ein normaler, ein doppelter Gitterpommes. Also, ein doppelter Gitterpommes, ein rotes Getränk und noch ein rotes Getränk. Ein doppelter Gitterpommes und zweimal rotes Getränk. Oh, das war's. Jawohl. Das sieht doch gut aus, oder? Schön für dich, aber das war nur der Anfang. Das nächste Mal wird es nicht so einfach sein. Na ja, so richtig einfach habe ich es jetzt eh nicht gefunden. Italienisches Restaurant. Ein Restaurant, gleich die Straße runter, sucht nach einem neuen Kellner, schaut nach einem Job für dich aus. So ist es. So, ich muss 1500 verdienen, wieder innerhalb von 5 Minuten. Ui, säubere, schmutzige Tische. Schau, dass die Gäste zufrieden sind. So, wir gehen mal raus. Ein, was auch immer das ist. Einmal Spaghetti. Oh, da kann man hinten. Nein, kann man nicht hinten. Ah, das wäre schön. So, nochmal Spaghetti. Ansonsten einmal dieses. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht man das hier? Nein. Ich sollte vielleicht nur klicken, dass wir vielleicht besser. So, was willst du? Ja, natürlich zweimal das, was ich nicht benennen kann. So, gleich dürft ihr zahlen. Kann ich es? Ach, ich muss es runterziehen. Eine gemütliche Musik zum gemütlichen Gameplay. Eine Pizza hier oben. Pizza, Pizza. Einmal Lasagne, dürfte das sein. Ein Bier. Ein Kaffee. Ein irgendwas. Das habe ich noch gesehen. Ein sowas. Eine Lasagne. Eine Pizza. Und sicherheitshalber, weil jeder will das. Weil ich nicht weiß, was das ist. Nein, ein Burger. Ach. So, hier oben hatten wir... Hier oben hatten wir ein Bier. Das habe ich natürlich vergessen. Na ja, kommst halt. Das nächste Mal wieder. Hier ist Zahlen. Das gefällt mir besser. So, wir haben hier eine Lasagne. Einmal Fisch. Einmal Säubern. Ein Burger. Einmal... Keine Ahnung. Tatias. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. So kenne ich mich aus. So, ein Burger hatten wir. Einmal Fisch, genau. Das habe ich natürlich nicht mit. Dein Burger. Oh. Den Fisch habe ich mit. Ach, ein großes Bier. Da habe ich ja nichts mit. Da habe ich nichts mit von dem, was ihr wollt. Eine Lasagne habe ich mit. Bitteschön. Eine Pizza habe ich auch nicht mit. Und ein Tee. Okay, das wird nicht einfacher. So. Noch ein Tee. Das große Bier. Ich glaube, das... Hat sich erübrigt. Boah, das ist... Das ist übel. Mein Hirn ist übel. Pizza habe ich mir gemerkt. Den habe ich mir nicht gemerkt. Hier haben wir auch eine Pizza, ein Tee, einmal Fisch, ein Tee, ein rotes Getränk. So, jetzt habe ich es nur vorgelesen und ich habe es mir aber nicht gemerkt. Ein Tee, ein Tee, eine Pizza, boah... Keine Ahnung. Ich habe es nur vorgelesen, ein Tee, ein Tee, ein Tee. das rote getränk bitteschön ein großes bier haben wir schon wieder einen tee wo war er hier ok zweimal diese dinge zweimal ein tee mein hirn ist brei aber so viel habe ich mir gemerkt da haben wir einen burger eine pizza ein bier was habe ich noch wo waren die anderen war es hier unten nein herr lass hirn regnen auf mein haupt ein burger haben wir gesagt ich nehme mal einiges mit auf verdacht gerade so easy going ja genau so sehe ich das auch toll sei nicht zu begeistert ich bin aber total begeistert muss ich ehrlich zugeben mal sehen was es hier so gibt audio steuerung interagieren right mouse button das ist okay würde ich sagen tischmarker ja das könnte hilfreich sein okay hier sieht man bestes ergebnis kaffee promenade das café an der promenade ein fantastischer ort seine freizeit zu verbringen nicht für dich arbeit wartet okay diesmal sechs minuten zeit für 1200 sauberer schmutzige tische und wecke müde gäste auf okay hier haben wir das ist das ist cool okay wir haben hier einen eistee ein bier ein eistee und ein bierchen hier gibt es viele tische wahnsinn ja aber es will keiner was oder jetzt wo ach hier zahlen sehr gern ein bierchen gehören die auch dazu was ist hier so einmal zahlen wir haben hier ein bier mit denen komme ich gar nicht so richtig klar hier haben wir zwei okay hot dog ein bier ein getränk ein bier okay ich versuche ein bier ein bier ein so ein getränk ein hot dog und raus mit uns ein bier ein bier ein bürger ein bier okay da war das getränk das getränk ja da haben wir den hot dog da haben wir das zweite bierchen hier haben wir noch so ein getränk getränk burger da wäre es cool jemanden zweiten zu haben der abkassiert und tische säubert ich habe jetzt nichts gemerkt das und das habe ich mir gemerkt okay das mit ah der burger oh ein eis oder ist das ein eis das haben wir schön einmal gitterpommes ein grünes getränk hier nix schlafen bestellen so da so ein bürger ein grünes getränk so einmal die hier oh hier haben wir muffins hier haben wir auch muffins zweimal muffins einmal zahlen gitterpommes habe ich nicht mit tut mir schrecklich leid zweimal gitterpommes zweimal gitterpommes zweimal muffins glaube ich war das gitterpommes gitterpommes mal für sie bitteschön hier geht es auch hinten raus gut zu wissen ein muffin ein muffin hier gibt es noch eine muffin warum habe ich so viel zeug mit gitterpommes ah die gitterpommes einmal für sie bitteschön die zweiten gitterpommes sind schon weg glaube ich so jetzt habe ich hier einen eiscafé oder sowas einmal muffins oh schauen wir mal eiscafé einmal diese hier da schläft schon wieder jemand hopp stopp 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 aufgewacht schlafen könnt ihr nachdem ihr gezahlt habt einmal gitterpommes einmal pommes hier hätten wir noch oh so einiges natürlich habe ich nichts davon mit wie es halt so ist einmal muffins sehr wohl zufällig das richtige mitgehabt so natürlich gemerkt habe ich mir gar nichts ich glaube die sind schon weg das haben wir schon ich habe null Ahnung wenn ich zumindest zufällig das richtige mit hätte wäre das schon schön ein kaffee ein kaffee hier hier jawohl oh gitterpommes habe ich auch zufällig mit was willst du hier kaffee ein stück torte so eins ein kaffee ein oh mir raucht der schädel schon aber ich brauche noch ich brauche noch 300 stopp bestellung ist hier ja, das hätte ich vorhin mitgehabt ok, nicht ganz gut, das mit den hier, mit den Tischmarkern das ist für mich eher hinderlich jetzt schauen wir mal, nachdem alles hier freigeschaltet ist eins der letzten, ach, schauen wir doch nicht ok, man muss zuerst, ja, man muss zuerst alles schaffen und Höllenmodus ist auch noch nicht freigeschaltet das heißt, Kaffee Promenade dann das Bootshaus, Sushi Garten die Big SOS Dachrestaurant, die Bierhalle und Fernsehturm ok, ich würde sagen, das war's für heute vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal ciao, ciao ciao